hallo liebe freunde des tabletop heute wieder eine weitere ausgabe von mir von warhammer 40.000 conquest aus dem hause in kooperation mit games workshop heute möchten wir euch oder möchte ich euch vorstellen die ausgabe 6 in der ausgabe 6 enthalten sind wiederum drei bases dieses sind die standard bases ohne irgendwie jeglichen schnickschnack und wiederum ein spritzling mit plug marines dieses ist der gleiche der auch in ausgabe 2 erhältlich ist das schauen wir uns gleich aber noch mal ein wenig besser im detail an wir starten wie üblich mit dem heft dann schauen wir mal was uns das heft heute zu bieten hat erste seite sehen wir wie auch in allen anderen ausgaben eine gliederung was ist in dem heft diesmal enthalten dann fahren wir was einsortierung der defgard die verdorbenen söhne dann noch einmal etwas zum aufbau der defgard farben der ansteckung hier werden uns noch mal einige farbvarianten präsentiert dann wiederum die bauanleitung der plug marines in diesem fall defgard 3 genannt wobei es genau die gleiche bauanleitung ist wie auch in ausgabe 2 bemal anleitung für die plug marines auch hier nichts neues nur dass wir jetzt natürlich ein paar mehr farben von anfang an zur verfügung haben und dann geht es weiter mit neuen regeln vereinheiten einheiten des tutorial und vertiefen von zusatzregeln auf der ersten seite erfahren wir dann etwas über die verdorbenen söhne mit ein bisschen hintergrund dann hier ebenfalls schon einmal ein bisschen übersicht über die bemal anweisung für die plug marines box walker oder lord golgoth dann erfahren wir hier noch was über die fest sterne dann hier zum aufbau der defgard das legionskommando dann organisation der solchen kompanien das heißt also das legionskommando wird durch sieben solchen kompanien dargestellt eine solchen kompanie wird dann aus sieben sepsis kohorten erstellt und dann wiederum eine wiederum eine kleinere gliederung dann haben wir hier schon mal wieder zwei farbvarianten für zum einen die blasse hand genauso wie die vermodernde kralle dann auf der nächsten seite sehen wir noch die aushunde die herolde der verzweiflung der vergiftete kelch und die leichenmacher damit hätten wir dann jetzt schon verschiedene farbvarianten gegeben für die plug marines die uns bis jetzt in den ausgaben beigelegt wurden hier haben wir noch einmal eine übersicht über den bau also so sieht das ganze am spritzling aus heraus trennen der einzelteile die einzelteile vorbereiten und am ende des baus sowie wiederum sicherheitshinweise im umgang mit einem seitenschneider die nächste seite ist wieder nichts neues hier sehen wir wieder den zusammenbau der plug marines dem plug champion plug marine 1 plug marine 2 und dann geht es los mit der bemalung und zwar hier in diesem fall wieder mit einer grundschicht aus deathguard green wir werden die figuren entsprechend wieder grundieren und dann im anschluss mit deathguard green bemalen dann als nächste farbe kommt das bad in black hier sehen wir dann auch einmal wieder ein bisschen was denn letztendlich in schwarz erfolgen soll was hier ein wenig schade ist es gilt immer nur für eine figur in diesem fall ist es sogar wieder genauso dass die figur die uns hier auf den bildern gezeigt wird genau die gleiche wie auch in ausgabe 2 ist hier wäre es schön gewesen hätte man auch eine der anderen beiden figuren mal genannt da wir ja bereits wissen wie diese figur halt zu bemalen ist die dritte farbe ist retributor armor hier wiederum einige da einige möglichkeiten was wir in der farbe bemalen können auch hier leider nicht so wirklich vollständig dargestellt das ganze hier auch wiederum nur eine figur wie wir im nächsten schritt sehen werden wir sehen hier dass hier die totenköpfe oder diese oberen bereiche sind hier keine totenköpfe aber diese werden in gold bemalt was wir hier oben nicht sehen können ist dass zum beispiel hier im rückenbereich auch noch diverse sachen sind die halt entsprechend gold bemalt werden genauso wie auch hier vorne also insofern wäre es schon schön gewesen hätte man das ganze etwas detaillierter gemacht nächste farbe liegt welcher auch diese farbe bereits enthalten dann als nächstes sehen wir die farbe backman's glow wo diese angebracht wird wiederum bei einer figur die wir schon einmal bemalt haben wie gesagt hier wäre es schön gewesen hätte man gesagt okay wir nehmen diesmal eine andere figur dann am ende der bemalanleitung sehen wir alle figuren von der vorderseite bemalt aussehen hier wäre es auch wiederum schön gewesen hätte man sie auch einmal von hinten gezeigt als nächstes neue einheiten regeln tutorial mission 5 stoppe die box walker hier wird auch aufgelistet was wir brauchen insgesamt werden die schlachtzüge der deathguard bewegen schießen angreifen kämpfen und space marine züge bewegen schießen angreifen kämpfen und hier noch einmal vertieft dann gibt es ein paar neue regeln im bezug auf einheiten bewegen oder einen trupp bewegen dann einheiten im fernkampf auch dieses wird uns mit dieser ausgabe erklärt dann beschuss aufteilen dass einheiten also ihre schüsse aufteilen können dann haben wir angriffen mit einheiten was uns hier erklärt wird dann einheiten im nahkampf stoppe die box walker hier einmal ein tutorial vertiefen hier auch wiederum ein bisschen änderung und dann kommen wir noch einmal zusatz regeln vertiefen hier haben wir zum beispiel dann dass der bolter des jetzt muss ich kurz gucken dass ein platz marines zwei schüsse auf bis zu 12 zoll bekommen kann der plasma werfer ebenfalls einige änderungen genauso wie auch der pest werfer dann am ende haben wir noch wieder auf der letzten seite einmal wiederum die werbung doch gerne ein abo abzuschließen was wir denn daraus quasi auch noch weiterhin oder wo wir weiterhin auch noch hilfe finden zb beratung die warhammer community oder auch andere varianten auf games workshop und wenn wir damit durch sind haben wir am ende der ausgabe auch schon der übersicht was uns in den nächsten zwei ausgaben erwartet in heft nummer sieben erhalten wir dann unsere ersten beiden shades und zwar das nullneule und das agrax und in ausgabe 8 bekommen wir ein primaris librarian also ein weiteren helden sage ich jetzt einfach mal dazu genau ein neuer hält das wird aber dann erst ab ausgabe 8 wieder in der nächsten lieferung sein beziehungsweise dann am ende oder die woche drauf nach ausgabe 7 wenn ihr es beim zeitschriftenhändler bekommt was wir euch ja eben schon wieder einmal gezeigt haben wie gesagt wir haben hier die drei standard bases die beiliegen und wiederum deswegen zeige ich das ganze jetzt auch nicht so genau wie beim ersten mal haben wir hier den spritzguss erst mit den drei platten marines dieser auch wieder hervorragend gegossen oder hervorragende spritzguss technik wir haben tatsächlich die angüsse so verarbeitet dass wir keine details dabei zerstören beim abtrennen wir haben wenige anspritzpunkte sehr hohe detailrate oder detailgenauigkeit wie man auch immer das nennen möchte also insofern muss man schon sagen hier hat die firma games workshop doch sehr gute arbeit geleistet bzw die formenbauer und auch die cad zeichner gerade auch wie in den vorherigen modellen nur an der formtrennaht was sich dann aber auch so gut wie nicht vermeiden lässt aber das ganze schadet in dem sinne nicht die figuren werden als nächster schritt dann einmal gewaschen danach werden sie zusammengebaut und dann bemalt den zusammenbau und die bemalung werden wir wahrscheinlich ich bin mir noch nicht so ganz sicher aber es könnte schon sein dass ich das so machen werde dass ich diesmal nur über die bemalung und den zusammenbau nur einen oder ein video mache dadurch dass wir diese bereits ja einmal schon bis zu dem aktuellen stand bemalt haben wer möchte kann sich dann das entsprechende bemal video der ausgabe 2 welche sich ebenfalls verlinken werde noch einmal anschauen was wir zukünftig auch machen werden oder was ich zukünftig auch machen werde die einzelnen waffen werden noch aufgebohrt so dass wir die figuren noch ein klein wenig auf werden bei dem figuren handelt es sich wieder um die easy to build variante der box walker der plug marines und genau wie gesagt auch bei ausgabe 2 ich hoffe euch hat in diesem fall das video wieder einmal gefallen wenn ja lasst gerne ein abo da ebenso würde ich mich freuen wenn ihr ein daumen nach oben da lasst dann wäre es schön wenn ihr wenn ihr ein abo da lasst auch gerne die glocke anklickt denn dann werdet ihr über neue videos von uns informiert wir werden ab ausgabe 10 oder ab ausgabe 11 vielmehr die videos nur noch hier auf unserem tabletop kanal hochladen demnächst werden auch bemalt videos zur tabletop variante herr der ringe welches schon eine sehr alte ausgabe ist allerdings die figuren stehen bei mir noch auf halde und ich habe mich entschlossen auch diese figuren hier mit vorzustellen genauso die die bemalung wie gesagt ab der ausgabe 11 werden die videos zu dieser tabletop reihe warhammer 40.000 conquest nur noch auf dem tabletop kanal hochgeladen nicht mehr in dem modellbau kanal und die videos zu herr der ringe werden ebenfalls nur auf dem tabletop kanal dieser ist auf der modellbau seite in der video beschreibung zu diesem video ebenfalls genannt dementsprechend würde ich mich freuen wenn die tabletop anhänger doch auf unseren tabletop kanal wechseln und dort ein abo da lassen mir bleibt dann jetzt noch zu sagen viel spaß beim selber bauen und bis zum nächsten mal wenn es dann im zweiten teil mit dem bau der plug marines weitergeht